Fichtelgebirge und Porzellan. Eine gewachsene, einzigartige Verbindung im Herzen Europas. Wie von Zyklopen wahllos in der Landschaft verstreut, so wirken die haushohen Felsformationen und Steinblöcke im Fichtelgebirge. Innerhalb dieses granitenen Hufeisens haben Menschen in vielen Generationen das Zentrum der europäischen Porzellanherstellung aufgebaut. Inspiriert von der überwältigenden Natur ringsum, schaffen Designer, Kunsthandwerker und Arbeiter noch heute die Produkte der weltbekannten Hersteller des weißen Goldes. Untertitelung des ZDF, 2020